Moin zusammen und herzlich willkommen bei Pete's Wildlife. Ich bin Alex und wir schauen uns heute bei unserem kleinen Adventsausflug die wunderschöne Ostseeinsel Usedom an. Genau genommen die Seebrücke im Ort Kosero. Sie wurde dieses Jahr erst eingeweiht, 7,4 Millionen Euro teuer, aber so wie ich finde zumindest, hat sich das Geld gelohnt. Sie ist wirklich wunderschön geworden und ich kann mir gut vorstellen, dass es ein echter Tourismagnet in der Zukunft wird. Habt ganz viel Spaß bei dem Video und wenn es euch gefällt, abonniert gerne diesen Kanal, aktiviert die Glocke, dass ihr zukünftig kein Video mehr verpasst und lasst natürlich auch immer gerne einen Kommentar da. Viel Spaß euch und einen schönen vierten Advent. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.